Hallo, mein Name ist Karin Meier und ich leite den VfL Campus von Seiten des Sportbusiness Campus. Bei uns ist zurzeit die heiße Bewerbungsphase angelaufen für die nächsten Bachelor- und Masterstudiengänge. Sie können sich noch bis 18. Juli bei uns bewerben, auch wenn Sie Ihr Abizeugnis noch nicht vorliegen haben. Schreiben Sie uns einfach ein Motivationsschreiben, erklären Sie uns, warum Sie bei uns studieren wollen, was Sie erreichen wollen, wer Sie sind, wir möchten Sie kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020